hallo und willkommen bei einem neuen let's play projekt von mir ja ich will hier so wolf among us spielen halt von telltame games ist ja ein ja keine ahnung was es ist es halt kein richtiges adventure es ist eher ja ein interaktives was auch immer keine ahnung ist es es hat halt adventure teile drin allerdings halt ohne großartiges viele rätseln sondern es ist halt eigentlich mehr oder weniger man wird vor entscheidungen gestellt und man muss halt dann irgendwie einfach ja eine entscheidung halt dann treffen und einfach so sicherheit durch die ganze geschichte halt hangeln basiert auf einer reihe von graphic novels von moment jetzt muss ich selber erst mal wieder gucken wie der gute mann heißt von bill willingham deswegen ich habe den ersten teil halt hier liegen habe den auch schon durch gelesen ist wirklich ganz nett geht eigentlich wie das spiel halt auch darum dass die ja das märchen gestalten beziehungsweise die märchenwelten tatsächlich existieren also hier aschenputtel und schneewittchen und die sieben zwerge und alles allerdings haben die so ein kleines problem ja ihre ihre königreiche ihre märchenwelt wurde halt von etwas angegriffen und sie mussten halt fliehen und das einzigste wo irgendwie übrig geblieben ist von den ganzen welten beziehungsweise was diesen angreifer irgendwie wenig interessiert hat ist halt unsere reale welt und ja deswegen existieren jetzt halt diese ganzen märchen gestalten in der realen welt in ja manchmal in verkleidung manchmal halt nicht diese menschlichen verkleidungen kosten halt geld und ja wie das halt bei flüchtlingen so ist man muss halt immer alles zu hause zurücklassen also selbst irgendwie prinzen und so weiter ja sind im prinzip mehr oder weniger alle mittellos und ja müssen hier in der realen welt halt auch realen jobs nachgehen natürlich wissen halt die normalen menschen die normalos nicht dass ja unter ihnen halt märchengestalten halt umher wandeln eben weil sie halt in verkleidung halt stecken und das soll halt auch so bleiben und ja es geht sehr sehr düster eigentlich auch zu also es ist eigentlich ein ja es ist ein kriminal adventure und auch halt die ja die bücher oder die stories in den büchern gehen auch nicht gerade zimperlich mit irgendwelchen leuten da um also nichts was man irgendwie den kindern zum bett gehen erzählen sollte das da sollte man auf die ganz normalen märchen zurückgreifen auch wenn die brutal genug sind ähm und irgendwie für die erwachsenen die können sich dann irgendwie hier fables rein ziehen wir spielen ihn hier diesen netten äh jungen äh mann mit äh drei tagebart das ist äh big b wolf also der große böse wolf eigentlich und ja er ist äh sheriff in äh fabletown also dem stadtteil in dem halt sich die ganzen märchen so niedergelassen haben ja und er muss halt eigentlich die ganze scheiße ausbaden den die andere irgendwie verzapfen beziehungsweise halt die fälle aufklären die die anderen so verzapfen und da schauen wir mal rein was da so passiert so save file 1 episode 1 episode 1 also es gibt fünf episoden äh bisher jetzt noch nicht deswegen face smoke and mirrors ist noch nicht da a crooked mile deswegen alles äh coming soon coming soon coming soon ähm ja halt fünf episoden sind geplant sollen auch alle bis äh sommer 2014 so erscheinen momentan ist halt erst episode 1 draußen und dann gucken wir mal wie wir das hier starten also außerdem das spiel ist komplett in englisch ist äh wer irgendwie das englische nicht mächtig ist sollte jetzt dann abschalten ja wie gesagt fairytale characters ja dieses klemmer ist diese verkleidung die sich die leute da kaufen können ja und die wolf protects them from each other mehr oder weniger mehr oder weniger mhm ok eigentlich habe ich die untertitel eingeschaltet moment schauen wir grad nochmal nach settings äh ne da ist es nicht jetzt muss ich erstmal wieder suchen wo es war antilasing ne da auch nicht audio video display subtitles on naja ich hoffe da kommen dann auch tatsächlich welche weil sonst bin ich auch ein bisschen gearscht ich verstehe zwar was zu sagen aber ich hätte es dann auch gerne irgendwie zum lesen damit ich es hundertprozentig verstehe ja der wolf imangers okay Okay, South Bronx. Bisschen nach... Mitternacht. Ah, okay. No need to kick up a pass. Look, no harm done. I'll give you a pass, but listen. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. You know what I mean? Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family and glamour? Äh... Then get it fixed. It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Okay, Mr. Toad, remember that? See, this is what I told you about, Sheriff. Yeah, yeah, it's good. You just gonna stand there? Do something, Bigby. Before he completely tears up the place. So... What am I walking into exactly? I'm waiting for him from another Bender. He's been going on like that for hours. Turn this place to dust if you let him. He's in a fucking rage. This is the last straw, Bigby. He has to go. Uh... Fragen wir mal nach. Who knows what it was this time? The man's got a hair trigger. I avoid him as much as possible. When did he start drinking? Not sure he ever stopped. Fuck you! I didn't know anyone else was up there. Yeah. Okay, then nix hoch. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha, ha. Ja, ha, 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 ha. Also, wie gesagt. Es ist halt... äh... nicht die lieben netten Märchen, sondern halt... ...chon die etwas härtere Sorte. So, was haben wir denn hier? Okay, jetzt müssen wir erstmal ja mal gucken, wie... wie man hier sich bewegt, alles klar. Let's go! Mhm. So, okay, also wir haben es hier, glaube ich, mit dem Jäger so zu tun, also mit einem alten Bekannten von dem Wolf, und ja, der hat wohl ein leichtes Alkoholproblem und irgendwie ein Mädchen auf dem Zimmer, drehen wir mal ein hier. Hey, wow, 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 hey, hey! Okay, also auf freundliches Zureden ist der Herr da nicht, nicht wirklich, äh, zu sprechen, ja. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Ah! Ah, okay. Okay, da können wir jetzt hier noch... Im Prinzip anvisieren, wohin man ihn schicken soll. Okay. Äh. Äh. Oh, schicken wir ihn mal hier rein, ins Regal. Okay. Äh, tak. Äh, pia. Oh, shit. Okay. Okay, schön ausgewichen. Okay, der arme Tod, der wird sich ja freuen, wenn wir ihm hier die Wohnung hier zerlegen. Ups. Au. Nicht die Axt, nein. Ja, komm. Ja. Hat er genug? Hat er genug? Und wenn wir hier rauskommen. Ja. Look, ich kann nicht weg, bis ich herausfinden, was mir... Du bist nicht schrecklich, Scheiße. Ich werde dich auf den Boden legen. Sag das Wort noch einmal. Was? Scheiße? Ja. Was habe ich gesagt? Du Scheiße. Oh, Scheiße. Du Böge, mein Gott, du Böge! Und noch immer du sprachst. Scheiße, du? Du? Scheiße. Was zur Hölle ist passiert? Was ist passiert? Ich habe nur das Verständnis, das sich in eine wirkliche Scheiße verändert hat. Es war nicht so, dass du die besten Böge gesehen hast. Das ist mehr, was ich von mir gekommen bin, Frau. Schau es aus! Schau, das ist nur das Start einer scheiße Nacht für mich. Ich brauche nur das Geld, das er mir verdient, dann kann ich gehen. Was machst du hier? Diese Lippe sind gefeiert. Was ist dein Name? Was ist das, was du willst, Herr Hansen? Es wird das nicht mehr schwer gemacht, als es muss. Entschuldigung, Herr Schäufe. Ich würde mich nicht mehr auf die Herausforderung auf deine Nacht. Warum war er dich? Er fragte mich, ob ich ihn erinnern habe. Ich wusste, wie er war. Ich sagte, dass ich nicht war. Er hat mich angefangen. Dann kam er auf mich. Dann kam er auf ihn. Was das mit dem Schiff? Ich bin der Schiff, du w**er. Ich habe den Schiff von der Schiff aus dem Schiff. Ich habe den Schiff aus den Schiff. Ich drehe diesen Schiff, und schüttelte ihn mit den Schiff und schüttelten Schiff. Und sie in den Schiff. Das ist der Schiff, du schüttelte Mann! Das war eine harte Landung. Wo ist er denn? Okay. Oh Gott. Oh. Okay. Okay, nein, nicht, hier nicht, äh, die Wolf-Power rauslassen, nein, nein, oh, 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 au. Okay, er bewegt sich noch. Äh. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Great. The guy's got an ax in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be here. I'll tell you, you fucking bitch. Let me help you. Okay. Komm, raus da mit der Axt. Oh, und dann der Lady hinterher, bitte. Oh. Shit. Just come on. Here. Thanks. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. Hey, you like my ribbon? Jupp. Thank you. Okay, warum auch immer sie sich jetzt da dran erinnert. Echt? We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. No, und weg ist er. Naja. Shit. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. It's not just about you. I can't have him running around the city in the state he's in. Good, because I was just starting to worry. It was all about me. That's not what I mean. Mm-hmm. How much was it he owed you? A hundred. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty handed. I'll be fine. Haben wir so viel? Let's see. I've got... Viel haben wir bestimmt auch nicht. What is that, eh? Fifty-eight. Fifty-eight. Okay. It's all I got. It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Just... Take the money. Okay? You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. Mmh. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Okay. Good to know. Genau. You look like shit. Danke. Ja? I clean up okay. I'll believe it when I see it. Hey. Ja? I need to tell you something. Okay? What is it? You're not as bad as everyone says you are. Ja, ich arbeite ja auch dran. I'll see you around. Wolf. So, und da geht sie hin. Und vielleicht treffen wir sie ja... ...in unserer Wohnung wieder. Und dem armen Tod sein Auto so ramponiert. Ja, und wir scheinen hier auch ein leichtes Zigarettenproblem zu haben. Ja, soviel dann zum Anfang. Und wie ihr gesehen habt, also ist halt... Ja, es geht eigentlich hauptsächlich darum, um irgendwelche Entscheidungen halt zu treffen. Plus halt so ein bisschen, ähm, ja, Quicktime-Events. Aber, äh, viel mehr ist halt nicht. Also, großartiges Rätseln ist es halt nicht, obwohl es halt ein Adventure ist. So, okay. Woodland Apartments. Irgendwann spät. Okay. Okay, gut. Wir haben nur noch unsere, äh, Streichhölzer von vorhin. Und ich würde sagen, äh, das reicht dann auch mal für die erste Folge. Und, ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten wieder. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.